Hallo und willkommen heute zur thermischen Arbeitspunktstabilisierung und zwar mit der Stromgegenkopplung. Es geht grundsätzlich um einen Transistor, wer noch nicht genau weiß was so ein bipolar Transistor ist, ich habe bereits mal ein Video dazu gemacht, ist das oben rechts verlinkt. Also grundsätzlich Stromgegenkopplung, für was braucht man das jetzt? Grundsätzlich, ein Transistor leitet besser, wenn es wärmer wird. Wenn wir jetzt den Arbeitspunkt bereits wunderschön eingestellt haben von einer Transistorschaltung und es wärmer wird, dann verschiebt sich das Ganze wieder und das kann eben wirklich negative Folgen haben. Wenn wir jetzt hernehmen, ein Transistor leitet besser, wenn es warm ist, somit fließt mehr Strom. Wenn jetzt mehr Strom vom Kollektor zum Emitter fließt, dann wird der Transistor wieder wärmer. Durch P ist I² mal R haben wir eben dann wieder eine größere Verlustleistung, die eben in Wärme resultiert und darum wird der Transistor noch besser leiten. Wenn er noch besser leitet, wird noch mehr Strom drüber fließen können, weshalb er noch besser leitet und das geht so weit, bis der Transistor dann irgendwann mal kaputt ist. Da wir das natürlich nicht wollen, gibt es eben mehrere Möglichkeiten. Hier eben die Stromgegenkopplung. Spannungsgegenkopplung habe ich auch schon mal ein Video gemacht, ist jetzt oben rechts verlinkt. Auf jeden Fall, wie funktioniert jetzt so eine Stromgegenkopplung? Wir sehen hier, wir haben vier Widerstände. Wir haben einen Input und einen Output hier, jeweils mit zwei Kondensatoren habe ich da dazu geparkt. Auf jeden Fall, diese vier Widerstände, meistens sind es vier, der RC kann auch teilweise wegfallen, aber ich finde es so immer ein bisschen verständlicher. Also wie funktioniert das Ganze jetzt? Bei Stromgegenkopplung wird eben im Emitterkreis ein Widerstand eingebaut. Der ist so Faustregel ein Zehntel so groß wie der Lastwiderstand RC im Kollektorkreis. Zur Info, hier oben befindet sich beim Transistor der Kollektor, hier unten der Emitter und hier die Basis. Nimm nun wegen dem Temperaturanstiegs im Transistor der Kollektorstrom zu, so fällt der Emitterwiderstand RE auch um eine größere Spannung ab. Brauchen wir uns nur an die Maschengleichungen erinnern. Wir können nicht einfach irgendwelche Spannungen irgendwo herzaubern, die muss natürlich gleich bleiben. Somit ist es logisch, dass ein größerer Spannungsabfall über RE sein muss. Die Spannung UR2 bleibt wegen dem Spannungsteiler eigentlich ziemlich konstant, so dass eben die Spannung zwischen dem Basis und dem Emitter, die UBE-Spannung, wie wir hier eingezeichnet haben, kleiner wird. Dadurch sperrt der Transistor wieder mehr, was wieder zu einer Verringerung des Kollektorstroms führt. Die Stromgegenkopplung ist eigentlich die am meisten verwendetste thermische Arbeitspunktstabilisierung. Zur Info gibt es eben noch die Spannungsgegenkopplung und es gibt eine Kombination auch noch, sprich eine Spannungs-Stromgegenkopplung und eine Möglichkeit mit einem NTC, die ja eigentlich nur theoretisch möglich ist, das in der Praxis auf einige Probleme stoßen würde, wäre mit NTC. Somit war es das von diesem Video, ich hoffe es war verständlich erklärt, alles Gute noch, haut rein und ciao!